Edda, der Typ da in der Ecke, der ist super gebaut. Was? Nicht so laut. Ich sag, der Typ da in der Ecke, der ist super gebaut. Ach, der, der geht. Edda, bleib doch da nicht noch hin. Mit allem, was dazu gehört, und goldgebräunter Hau. Hey, Muskeln wie Tarzan und ein Lächeln wie Jane. Und ich ertappe mich dabei, wie ich ständig rübersehe. Jetzt dreht er sich oben und schaut mir mitten ins Gesicht. Dein Puls schlackiert auf 100. Jetzt reagier bloß nicht. Ich kenn doch solche Typen, die sind meistens völlig dumm. Wenn die das Maul aufmachen, drehen sich dir die Eierstücke um. Nein, doch. Was? 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 Da bleib ich wohl lieber allein. In meinem Bett. Ja, da bleibst du wohl lieber allein. In deinem Bett. Der große da hinten, Mann, der guckt so intensiv. Ich kriege Schweißausbrüche, Mann, oh Mann, die Hose hängt so tief. Echt? Wo? Ganz hinten. Ach komm, der hat so eine Art, der will dich sicher nur fürs Bett. Meinst du? Oh klar. Ne, da bin ich mir zu schade für, da mach ich nicht mit. Der kleine süße Blonde da, der ginge doch auch. Wenn ich mir den anschaue, krieg ich kribbeln im Bauch. Doch der will sicher was für immer. Ich hab's mir anders überlegt. Ich nehme lieber den für eine Nacht. Ach, der ist jetzt weg. Ach, da bleibst du wohl wieder allein. In deinem Bett. Und du, da bleib ich wohl wieder allein. In meinem Bett. Ein arroganter Juppie und ein stinkender Punk. Ein völlig blöder Popper und ein dummer Polo-Schrank. Eine aufgestallte Tucke und ein schlappes Öko-Teil. Ein intellektueller... Alle geil. Alle geil.